Das sind meine kleine Igel-Familie. Da ist die Mama Igel. Das ist das kleine Igel-Baby. Die wohnen bei mir im Garten. Ist das süß. Das ist die Mama Igel. Hey Baby-Igel. Ja, bist du süß, mein Schatz. Labet, was ist die Igel? Das ist eine Igel-Familie. Und die lieben Rosenblätter. Keine Ahnung wieso. Hey Mama Igel. Oh, jetzt putze ich das Baby. Ist das herzig. Meine Herren, wie soll ich das jetzt aufnehmen? So? Und jetzt kommt das Baby. Muss man schön sauber sein. Man wird geputzt. Warte. Ja. Bist du süß. Und meine Hunde beschützen diese wunderschöne Igel-Familie. Jetzt kommt das Baby-Igel. Hey. Seid ihr süß. Hallo. 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 Ich komme, Letti. Und die wohnen hinter meinen Tuyen. Was? Ja? Das sind unsere kleine Igel. Die wohnen hinter unseren Tuyen. Ja, Baby. Baby. Ja, die sind schön eingezäunt. Meine Hunde können nicht hin. Mama, die sind so brav, dass sie wissen, wie kommen wir nicht raus. Wir sind da gut versteckt. Mama, die sind so brav, dass sie wissen, wie kommen wir nicht raus.